Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Shara, Heart of Heart. Shara ist ein 22-jähriger Newcomer aus Aschaffenburg mit russischen Wurzeln, welcher beim Label Alte Schule Records unter Vertrag genommen wurde. Jetzt steht sein Debütalbum an. Heart of Heart beinhaltet 12 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Label-Kollege Hayes. Das Album kommt über Alte Schule Records und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.